Die United States Pacific Fleet ist Teil der US Navy und umfasst die dritte und siebte US-Flotte. Ihr Heimathafen ist die Pearl Harbor Naval Base. Geleitet wird sie vom Commander Pacific Fleet und ist in der operativen Kette dem US Pacific Command unterstellt. Die Mannstärke beträgt über 140.000. Etwa 200 Wasserfahrzeuge gehören zu den unterstellten Einheiten. Die Luftflotte der unterstellten Einheiten besteht aus 1100 Luftfahrzeugen. Entstehung Die US-Pazifik-Flotte wurde 1907 geschaffen, indem das asiatische und das pazifische Geschwader zusammengelegt wurden. 1910 wurden die Schiffe des ersten Geschwaders wieder in einer separaten asiatischen Flotte organisiert. Der Generalbefehl vom 6. Dezember 1922 stellte die US-Flotte mit der Schlachtflotte als pazifische Militärpräsenz her. Die moderne Erscheinung der Flotte ist bedingt durch die Aufspaltung der US-Flotte in die Atlantische und die Pazifische Flotte vor dem Zweiten Weltkrieg. Bis Mai 1940 war die Einheit an der Westküste der Vereinigten Staaten stationiert. Im Sommer desselben Jahres wurde er als Antwort auf den japanischen Expansionismus befohlen, eine vorgeschobene Position in Pearl Harbor einzunehmen. Der kommandierende Admiral James O. Richardson widersetzte sich der Langzeitverlegung und protestierte gar persönlich in Washington D.C. Die politischen Erwägungen waren jedoch so wichtig, dass er von seinem Stellvertreter Admiral Hasbent D. Kimmel abgelöst wurde. Admiral Claude C. Bloch kommandierte den lokalen Marine-Distrikt von Pearl Harbor zum Zeitpunkt des japanischen Überfalls auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Zum Zeitpunkt des japanischen Angriffs bestand die Flotte aus neun Schlachtschiffen, drei Flugzeugträgern, zwölf schweren Kreuzern, acht leichten Kreuzern, 50 Zerstörern, 33 Unterseebooten und 100 Bombern, Kommandeure. Frühe Jahre Roger N. Stembell 1872 gefolgt von verschiedenen Kommandeuren, William H. H. Soderlandt, Cameron M. C. R. E. Winslow, William B. Carpatone, J. Rothman. 1941 heute Sternchen zwischen 1947 und 1958 war der Kommandeur der US-Pazifikflotte auch gleichzeitig der Kommandeur des 1947 gegründeten United States. Pacific Command.